Jo, hi Leute, Toto hier, Toto goes with DM 16.17. Was ich gerade noch gesehen habe, ein kleiner Nachtrag. Da fiel mir auf, als ich den Polar-Account durch, oder meinen Polar-Flow-Account durchgeschaut habe. Ich packe euch mal meinen Vergleich von den Herzfrequenzen rein. Montag und heute von der Laufeinheit. Die beiden Vergleiche habe ich euch ja, oder die Leistungen, habe ich euch jeweils in die Videos hier reingeklickt. Ich packe euch heute mal die Herzfrequenzen noch dazu. Und da seht ihr auch, wie es mir wieder geht. Und das spiegelt auch das Video an, dass es mir heute viel, viel besser geht. Am Montag war ich 53% im roten Bereich, das heißt wirklich im extrem hohen Herzfrequenzbereich. Heute war es nur noch 33%. Das spiegelt wirklich wieder, dass es mir total gut geht. Bin jetzt schon wieder aus der Regenerationsphase nach der Sauna raus. Ich bin gerade die Videos am Bearbeiten für euch. Die kommen heute beide noch hoch. Und ich wollte es euch nur reinpacken. Ihr seht es jetzt gleich, ich habe es eingeblendet. Und ja, ansonsten, wie gesagt, abonniert den Kanal. Danke schon mal und wir sehen uns.